Die Hochbrücke in der Hanse- und Welterbestadt Wismar prägt das Stadtbild ungemein. Erbaut wurde die Brücke 1970. Einst galt sie als längste Spannbaubrücke der DDR. 2005 wurde sie aufgrund der schlechten Statik komplett überholt. Paul Stöckel ist Bauingenieur und lebt seit 1998 in Wismar. Als Rentner plant er jetzt einen Tunnel als Ersatzbau für die Hochbrücke. Diese Vision teilte er uns bereits 2021 mit. Guter Nebeneffekt, dadurch könnte das gesamte Gebiet Mühlenteich attraktiver gestaltet werden. Hierfür hat Paul Stöckel gemeinsam mit Architekturprofessor Markus Hackl einen Ideenwettbewerb an der Hochschule Wismar ins Leben gerufen. Die Aufgabenstellung Future Living in Wismar ohne Hochbrücke. Das Gebiet, wie es jetzt ist, sage ich mal, ist ein schlafender Rohdiamant. Und schon seit über 50 Jahren, wie wir wissen. Und aus dem Gebiet könnte man wirklich in der Nähe zum Stadtzentrum ein Wohngebiet machen, Erholungsgebiet, ein Lebensraum für die Bewohner der Stadt mit Geschäften, mit allem, was dazugehört. Und möglichst wenig Verkehr, wie uns also die Jugend hier vorführt. Als Architekt ist Markus Hackl an innerstädtischer, zukunftsorientierter Bauweise interessiert. In Wismar gibt es ein Potenzial zwischen Altstadt und Grünbereich Mühlenteich. Für ihn ist diese Fläche eine städtische Brache. Seine Idealvorstellung ein lebendiger, nachhaltiger und bezahlbarer Wohnraum. Das Ziel des Ideenwettbewerbs, eine konstruktive Diskussionsgrundlage zu schaffen. Es geht darum, frische Ideen zu sammeln mit Studierenden aus verschiedenen Teilen der Welt. Also es waren nicht nur Deutsche beteiligt, sondern wir hatten auch eine Studentin aus Jordanien, eine aus Kolumbien, zwei Iraner dabei. Das heißt also auch ganz frische Ideen von woanders mit einzubringen. Und zum Teil vielleicht mit verrückten Dingen, wo viele sagen, kann man das wirklich so machen, zur Diskussion in der Stadt beizutragen. Seit Februar arbeiten Studierende des Masterstudiengangs Architektur an ihren Entwürfen. Dabei entstanden innovative und moderne Nutzungskonzepte. Aileen Witt und Franziska Fuchs fokussierten sich auf das Thema Nachhaltigkeit. Den Fokus haben wir auf jeden Fall auf den Abbruch der Brücke gelegt. Wir hatten auch eine Gruppe, die die Brücke hat stehen lassen. Aber wir haben den Fokus darauf gelegt, dass wir sie abbrechen. Und auf jeden Fall auf das Einbringen von Grünzügen und viel Natur wieder. Dann halt, wie ich eben schon meinte, der autofreie Campus. Und ja, wir haben auch ein kleines Wohnexperiment mit eingebracht. Und zwar so einen kleinen Cube. Das ist ein Gebäude, wo halt Studenten und Auszubildende drin wohnen können. Vianne Paulson hat mit seinem Kommilitonen einen Entwurf eingereicht, der das gemeinsame gesellschaftliche Leben in dem zukünftigen Viertel fördern soll. Wir versuchen, viele Interessenten einfach anzuziehen. Also ob es jetzt junge Leute sind, die Studierenden, oder halt auch mal Ältere, vielleicht zu einer alten WG, natürlich auch die Familie. Aber dass man halt jetzt nicht nur irgendwie ein Quartier schafft, wo nur eine Art von Mensch drin lebt, sondern halt einfach mehrere, die sich dann auch begegnen, wo dann ja auch so ein bisschen der Austausch durch entsteht. Nun wird eine Fachjury, darunter auch Paul Stöckel, entscheiden, welches Nutzungskonzept gewinnt. Am 6. Oktober werden die Entwürfe im Zeughaus aus- und vorgestellt. Ob Wismar dann tatsächlich einen Tunnel bekommt oder ob die Hochbrücke nur noch für Fußgänger und Radfahrer zugänglich sein wird, es bleibt spannend und wir bleiben dran. ... ... ... ... ...